Ma fremdo Ma fremdo Was wie Toto zu beschreiben Desto fremdo My brother My brother Ok brother Let's do it brother Finds immer so cool, immer seine Flashbacks Vom Frühjahr in der Schule Und ich denk mir so Da waren wir denn nicht in der Schule What the fuck Ey, war best der Typ ey Oha, wie viel Träner bitte Welche Frauentyp magst du? Ja, so wie Jennifer Lawrence Oh Gott, der Effekt hat zu feiern There is no friend Jawohl, ey Alter, die sind immer hinter mir Wind Bleibliagun Hä? Bleibliagun Bleibliagun Alter, die sind immer nur irgendein Head Blitz, Alter Die sind immer hinter ein Ey du Hund Ja, und da sind die zu zweit 1 zu 4, das läuft so gut Mann, Hund hinter mir Das funktioniert nicht Wir liegen zurück Wir haben die Führung Wir haben die Führung Finde ich das nicht so geil, irgendwie Die Ach, leck mich Ich mag die Map nicht Du willst doch hier draus spielen Besser als die anderen Besser als die anderen Im Flugzeug kannst du aber schon mit einer Pumpgun chillen Ich bin aber kein Pumpgun Spieler Ich hab nur ne Pumpgun mit Weil wenn die mich abfuckten Dann spiel ich die Ja, von zwei Seiten Ich hab mich von dir Ach, Junge Nicht mehr einfach Blinder als ein Blinder-Blind-Fisch, Junge Wollst du mir nicht zeigen wie das geht? Ja, nicht auf deutschen Maps, Alter Welche Maps denn dann? Vor allem Spiele ich eine Waffe, die sonst nicht spielen Beziehungsweise das nicht mal die Ausrede Die Ausrede ist einfach, dass ich seit 2004 nicht mehr gespielt habe Alles was ich höre ist Mi 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 Nö, ich bin Mi Mi nicht Äh, die Map Äh, die Map ist echt Müll Die Waffe Ja, die Waffe Ich hab nur gesagt, dass ich eine andere Waffe spiele, die ich sonst nicht spiele Ich hab nicht gesagt, dass die Waffe Müll ist Die Map ist Müll, ja, die Map ist wirklich Müll Oh, Mimimi Oh, da sind die zu zweit draußen Ja, mach Mimimi 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 Oh, Lul Ich bin voll in den Trap reingelaufen Die Map ist auch nicht so geil, Alter Die kannst du nicht gebrauchen auf Range, ey Ah Richtmikrofon ist eingeladen Ja Leck mich am Arsch mit dem Neger Na 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 Ja Das ist rassistisch Das ist eigentlich mein Unica Oh Gott Unicaaaaam Oh Oh Lul, den hab ich ja gar nicht gesehen Der ist die gleiche Farbe wie die Karre, Mann Ach Jetzt verpisst er sich Komm zurück Irgendes gemüt Ah, nicht mein Boot in Luft, geh schürt Fein vernichtet Nicht mein Boot in Luft, geh schürt Auf Biertgeschütz Auf Biertgeschütz Auf Biertgeschütz, was ist das denn? Ein Biertgeschütz, einfach nur Einfach nur am Biertgeschütz Alter, da kommt einer von hinten Kampfhubschrauber bei meinem Signal einsetzen Im Kampfhubschrauber beginnt Bodenantgriff Olli, Quick 6, wohl ist auch lustig, ey Wir haben keinen Treibstoff mehr Wacht, Quick 6 Ja Die Quick ist cool Ach, natürlich war der Typ der im Scope Riech! Hat der geschlupft Wie ist unser Französischer, oder? Genau, er hat immer Ja, bonjour, bonjour, gesagt Moin Das hat Spaß Ja Gib ihm gleich bonjour Ich hab drei Feinde hinten betäubt Feind dort Ah, ich war früher auf dem Typen drauf Und der Schluck Einer Feind, dort Die haben einen Nate, geht sie gut? Ich glaub ja Sliden Ich will doch nur sliden Ach man Ach man ey, keine Muni mehr gehabt Ich lasse dich leiden Jetzt kommt der Escanor Jetzt kommt der Escanor Nein Nein Ach Genau Jetzt bin ich da hochslässern möchte Dann kommt über einer Nein Nein Let's kill Die Lage entspannt sich Wir haben's geschafft Die sowjetische Dominanz Ist gesichert Die Waffe, die da hattest du in Zellen So viel Lack, dass da alle Dass da jeder einfach lowlife rumgerannt ist Und alle noch nicht mal zu ihnen hingeschaut haben Ja